Seit 2013 bietet Backoff Multi-Touch-Control-Panels und Panel-PCs mit integrierter Tasterweiterung unterhalb des Displays an. Mit dem webbasierten Konfigurationstool können Sie Ihre individuell erstellte Tasterweiterung ab Stückzahl 1 konfigurieren. Sie können Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder in unterschiedlichen Farben einplanen, Wahlschalter oder Schlüsselschalter oder sogar einen Blindstopfen. Zum anderen haben wir die Möglichkeit, einen USB-Port zu integrieren. Dieser befindet sich an letzter Position, ist IP65 geschützt und befindet sich unter einer Schraubkappe. Zum anderen kann ein AFID-Leser integriert werden, mit dem MyFair-Karten gelesen werden können. Ist eine komplette Tasterweiterung von Ihnen bestückt, können Sie automatisch eine Optionsnummer unterhalb der Zusammenfassung sehen oder zudem bekommen Sie eine E-Mail-Adresse mit allen Informationen. Besuchen Sie unsere Webseite oder gehen Sie direkt auf den Link unter cp-konfigurator.backoff.com. Vielen Dank.